hey leute und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stürme und heute gibt es mal wieder ein fifa mobile video in diesem video möchte ich ein bisschen mein team zeigen wir spielen bisschen events vielleicht auch noch ein bisschen 1 gegen 1 oder versus angriff ihr seht hier unten ich habe noch quest wo ich freischalten kann und ja dann schauen wir mal ich habe sogar eine nachricht rb leipzig ich weiß nicht wer es ist auf jeden fall habe ich auf instagram ja gefragt ob ich tipps werden soll das haben viele jahr gesagt und dafür suche ich noch leute die mir halt hier in der fa schicken im fifa mobile ihr seht ihr da oben stürme mit dem bayern logo ja also schickt mir oder schickt man der fa und dann schauen wir mal weiter so die uhr läuft das wollte ich dann noch lesen copy so tägliche quest pony haben wir dann auch hier haben wir dann games natürlich tages punkte dann hier die xp nicht die skill punkte sowohl und weiter geht's so dann rufen wir auch direkt mal hier so die tagesquests so schauen wir mal hier wieder games 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 haben wir münzen 2500 dann haben wir hier noch star pass credits das ist nicht schlecht und hier kommen wir wieder lauter skills ja ups 1 zu weit so perfekt so also ich kann ich kann eine liga einfach bei treten ane quatsch geht auch gar nicht also ihr seht noch ich habe level 9 dauert noch ein bisschen bis ich level 10 bin knapp 106 xp noch so hier weiß ich nicht tägliche boni fehlt noch nicht dünnchen stündchen dann haben wir hier noch star passt da fehlen mir noch was fehlt mir dann noch außer da oben steht es noch 900 diese dings hier wisst ihr für den star pass ja ich habe rein gepäht ich weiß ich weiß aber es da passt bringt halt was so dann am shop kann ich mir auch noch denn das gratis pack holen kurz reingucken hier 25 aha kommt das als nächstes team of the week ja nicht schlecht wäre cool wenn das käme dann hier alle packs und gratis habt ihr schon mal eine elite spieler hier in dem gratis pack gehabt also ich noch nicht klappen gold spieler hatte ich mal mehr war nicht so schauen wir mal rein hier so was haben wir denn hier schönes so ich weiß nicht ich glaube mehr kann ich hier nicht abholen glaube ich da waren mal hier kann ich glaube ich nichts neu anfangen ja ich wollte noch irgendwas gucken irgendwas wollte ich ja noch gucken ich klicke mal hier alles durch ich weiß es nicht mehr was ich wollte habt ihr mal diese spezialbewegung hier gemacht irgendwie ich glaube nicht oder so hier weiß ich nicht ob ich hier was holen kann nö 0 liegen ja also da dauert es ja ein bisschen ich muss erstmal eine liga erstellen oder einem beitreten mal schauen also ich wollte eigentlich wieder hier die stürme army machen oder mal gucken da wird mir schon irgendwas einfallen so jetzt zeige ich euch mal mein team bis jetzt so also polio den hat er glaube ich fast jeder der dieses event da gespielt hat eigen weg wie das heißt dann habe ich mir hier Opa Opa Meccano geholt kann man hier irgendwie sehen für wie viel münzen man ihn gekauft hat ich weiß es gar nicht mehr dann habe ich mir hier noch davis gegönnt ich glaube keinen mehr zentner der war ja aus dem event der hier ist aus dem star pass aber den 754.000 wert verstehe ich nicht so ich glaube den hier hat auch jeder Phil Foden den hat auch bestimmt fast jeder Wadi habe ich gezogen stimmt den hatte ich letztes mal auch noch nicht im team im letzten video Jamie Wadi jawoll Pulisic den habe ich hier auf die seite gestellt weil ich ja Rayna gezogen habe ach gezogen äh er wisst ja jo dann gehen wir mal hier in die live events ja macht aus dem schacht jawoll premiere so äh ja gut äh eiken wege kann man hier noch nichts machen neues erst hier liga bei ja irgendwas mit 43 tagen achso ich wollte mal was gucken hier und zwar hier bei dem haupt wie es da aussieht bei mir äh tore 895 nur schwach 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 tägliches training Meister Erreicher Konto Level 25 okay das habe ich noch nicht Sturmwaffel jawoll legendäre Karriere dreistellig erstelle ein achso gut soweit bin ich ja eh noch nicht liegen habe ich eh noch nicht ne oah Entschuldigung äh dann habe ich hier du bist ein Star hole dir 20.000 Star Pass Credits dann hier Trainer Kandidat und Skill Trainer so Herausforderungen da gibt es auch könnte ein neues Event sein vielleicht achso am Freitag glaube ich ah was ist denn da los so hier könnte man glaube ich was machen oder ist das auch noch nicht doch hier fangen wir hier mal an in diesem Event tägliches Training so und Start wir müssen hier Freistoß Steine machen leicht ja moin so los geht's müsste easy peasy sein normal jawoll so einfach zack okay doch nicht so easy peasy öh das war ja mal ein Fail so jetzt aber und rein in die Olga so hier unten Wolski und da haben wir es geschafft tägliche Quest schon wieder ja umso mehr umso besser und weiter geht's 10.000 Münzen die nehmen wir gerne mit so next so ja das ist hier eigentlich auch eigentlich ganz schnell durch zack 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 lauf joni lauf und das war's easy peasy so jetzt kommt noch ein Spieli Spieli so holen wir uns noch die Sachen hier ab nochmal 15.000 Münzen tägliche Trainingspunkte der Wolski so ein Spiel hier noch eine Hälfte so dann ziehen wir das mal durch hier und los geht's gegen Bodies ja so MPP nehmen wir Messi das ja oh ja gut gewick ach typ fahrig naja dann halt beim nächsten mal privat habe ich kein Kabel an meinem Handy dann kann ich das Telefon besser halten aber wir packen das wir packen das so beigeholt so wadi nein wadi was machst du Junge komm äh oh kriegen wir noch einen Freistoß perfekt so hol den Ball rüber und rein in die Hälfte geht doch Reiner mit dem 2 0 1 0 heute geht's jetzt habe ich sogar noch ein Spiel verloren kapie äh was kann ich mir ging gegen wen das war was ging real oder irgendwie so ein oder war das Mensch ist das City ach ich glaube das war Mensch ist das die Idee aber ich bin schlagen 20 kapie was aber jetzt mit dem holen ein das glück 20 ist ja schon wieder aus endlich die liegen hier freig geschaltet dass ich endlich weder selbst einer stelle nein was macht der oh ich wollte gerade sagen das habe ich schon ein paar mal gehabt dass er dann irgendwie den ball hochnimmt und dann versage ich irgendwie vor kurzem vor so das ist das 3 0 ich bin auch hier irgendwie so auf dem monitor gucken bin ich auch aber ich muss lieber so was ist denn hier besser ok ok warum schießt du nicht ach ich guck doch lieber das Handy so äh spielt der eigentlich mit dem Handy oder spielt er mit dem Tablet weil ich hab wer war das war das Schlachty ich glaube der spielt er auf dem Tablet oder so kann das sein so liegt ich da falsch auch richtig gutes Tablet habe ich leider nicht also spielt er auf dem Handy ok ok ach mach ich denn was ist denn das ich bin überlost manchmal so guck schon wieder auf dem monitor ich spiele hier kein fifa auf dem Blazing so doch schafft den einen herz ich glaube ohne ohne das Kabel hier ich weiß ja nicht sieht man das so hier oh nein ich hab das den nicht ausgemacht ahja das gibt echten feld video ja egal so was gibt es hier 20.000 münzen dann gibt es hier noch ein täglicher ja ihr wisst schon dann gucken wir mal bei dem boni aber ich habe nur drei stück ja was brauchen wir dann hier finde ich 100 wie soll man dann 100 schaffen ich spiele das jeden tag da müsste man ja wenn man jedes mal drei punkte nur kriegt so mal gucken was kennt man dann hier noch mal ein ligatour vielleicht ist auch noch nicht sind noch drei stunden 50 minuten ungefähr neu anfangen das glaube ich auch erst heute abend irgendwann ich zeige euch gleich mal hier wie weit ich bin ja auch drei stunden so boni so hier bin ich soweit durch oben den habe ich mir geholt den lf hier lf lv was sind heute los mit mir so jetzt bin ich irgendwie daran hier zu la croix weiß noch nicht ob ich das schaffe das werden 30 60 90 90 90 sind ein paar stück noch alleine für la croix zu holen 450 und da oben ich habe 1,3 millionen hat man mehr gehabt aber dadurch wo ich mir da davis gold gehabt und so ist natürlich alles weg so holen wir uns mal hier in kram noch mal ab das video die aufnahme schon 17 minuten ja moin so zack alles schnell schnell und ja was ich noch zeigen will hierbei die wischen wir uns da bin ich hier bei worst eingriff auf pro 1 da bin ich kurz vor weltklasse 3 glaube ich von mir hier kann man sehen ja sechs wäre weltklasse 3 dann weltklasse 2 tschuldigung ja also hier fifa champion was bekommen die dann hier fünf meisterspieler ja moin bekommen zwei millionen münzen und dann noch hier 120 skill boost uha uha ihr wollt könnt ihr mal die kommentare meine katze hat mich mal gerade angegriffen ja ihr seht ihr seht ich bin 21.484 kann man mal machen 2 ja aber da oben dann würde ich mal gerne durch team sehen dering den ersten naja egal das video ist schon viel zu lange wir gehen mal nochmal hier hin. Hier 1 gegen 1 bin ich gerade mal äh, bin ich da nochmal äh, Pro 3. Okay. Also noch nicht so. Aber ich reiß das noch. Also 1 gegen 1 spiele ich eigentlich weniger wie über das Angriff. Ja. Da würde ich sagen, war es das. Im nächsten Video. Äh, keine Ahnung, ob da schon die Teams bewerten ist, oder ich hab noch was anderes vor, das verrate ich auch noch nicht. Derjenige weiß schon, was abgeht. Ja, da würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.